Eine gut gepflegte 6-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Kreis Viersen. Die Wohnung wurde 1880 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer sowie einen Parkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei einer Wohnfläche von ca. 150 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung auf 1000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.